Um junge Menschen aus der Region beim Einstieg in das Berufsleben zu unterstützen, richtete die Stadt Metzingen auch in diesem Jahr wieder einen groß angelegten Azubi-Tag aus. Auf dem Gelände der gewerblichen Schule Metzingen konnten die jungen Besucher unterschiedlichste Firmen kennenlernen und Informationen über ein mögliches Praktikum oder einen potenziellen Ausbildungsplatz einholen. Der Gastgeber, die GSM, erlaubte es den Besuchern außerdem einen Blick in ihre Ausbildungsabteilungen Metalltechnik, Fahrzeugtechnik sowie Mode und Bekleidung zu werfen.